A, 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 der Winter, der ist da, auf der Sopranlochflöte. Man braucht dafür nur fünf verschiedene Töne. Das G, A, H, C und D. Im ersten Teil springen wir vom G über das H zum D und wandern dann schrittweise C, zwei Hs, zwei As, wieder zum G runter. Machen wir das mal. Dieser Teil kommt am Anfang und am Schluss auch nochmal. Und zwischendurch gibt es einen zweiten Teil. Da gehen wir vom D aus über das C zum H und A. Und jeden Ton zweimal. Machen wir das mal. Das war schon der zweite Teil. Dieser zweite Teil kommt auch zweimal und zwar direkt zweimal hintereinander. Also Teil 1 mit dem Sprung und runter wandern. Dann zweimal Teil 2 vom D runter, wieder vom D runter und wieder Teil 1 mit den Sprüngen und runter wandern. Und das ist schon das ganze A, 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 der Winter, der ist da. Das ist schon das ganze A, A, der wird da. Das ist schon das ganze A, 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 der ist da. Das ist schon das ganze A, A, der ist da. Untertitelung des ZDF, 2020